Heute möchte ich Ihnen unser Aquanova System vorstellen. Hier handelt es sich nicht um ein Produkt, sondern vielmehr um die Ofentrop-Philosophie im Bereich Trinkwassertechnik. Wir möchten mit dem Aquanova System zum Ausdruck bringen, dass Ofentrop ganzheitlich den Bereich Trinkwassertechnik anbietet und für eine einwandfreie Trinkwasserhygiene sorgen kann. Das Ganze beginnt bei der Warmwasserbereitung, sei es die dezentrale Warmwasserbereitung über Wohnungsstationen, als auch die zentrale Warmwasserbereitung über sogenannte Frischwasserstationen. Das Ganze führt sich fort im Bereich der Verteilung, also sprich Trinkwasserzirkulationsventile, Absperrventile etc. und endet dann letztendlich im Bereich der Entnahme, das heißt im Bereich der Spülstationen. Aquanova System befasst sich also ganzheitlich mit dem Ansatz einer einwandfreien Trinkwasserhygiene und spiegelt nicht, wie anfangs gesagt, ein einzelnes Produkt wieder, sondern ist ein ganzheitlicher Ansatz für eine einwandfreie Trinkwasserhygiene.